hier habe ich eine schöpfe bündung einrichtet ist doch schon mal nice ja monaco das ist da hinten ganz prickelnd was geht denn bei dir so dann bauen wir ein paar felder was brauchen sie sowieso bald eine größere alter das niederlande ist dahinten das habe ich über eine größere insel gefreut da hinten sind aber die niederlande alter und die sind auch stärker als wir 221 das ist nicht ganz so nice hmm 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 das ist gut spiele physik eisenhütte da machen wir mal ein bisschen so eine kriegerische richtung erforschen das ist not so amused was ich da hier sehe i'm not so amused ja wir werden aber nichts in der nächsten zeit kaufen das kann ich jetzt schon ab das ist das 500 hör mir auf so ich muss jetzt warten bis ein großer prophet bei uns erscheint bis wir eine diese religion gründen können na klasse aber die staatliche hochschule gehört jetzt uns das heißt wir werden jetzt gut forschen sehr gut forschen sehr nice okay perfekt dann können wir uns hier fett hinklatschen sehr nice wir können jetzt hängende gärten bauen oder wir wollen arbeitsboote wir wollen hängende gärten vielleicht geht da ja noch was aber ich glaube es nicht ehrlich gesagt so so 500 von siedler so noch sieben runden warten so okay verdammt ich muss da mal durchschwenden alter nice da sollen wir uns auf jeden fall hinkochen der wird sich nicht erfreut darüber sein aber dann haben wir direkte verbindung zu niederlande um sie platt zu machen zucker 3 gold und 2 pferde warum wollen wir aber schon noch dafür machen wir auch noch machen wir tausch ich glaube dass ich etwas habe was du enig belang soll inbusemen sicher nicht da nicht da nicht da nicht so müssen wir uns beeilen müssen wir uns direkt hier hin klatschen das ist original der beste standort den ich je hatte aber der war auch gut 3 ihr könnt veraltete ein danke ok politik einführen mhm mhm das wird doch das ist doch ganz sand nach unten hängende gärten läuft bei uns ja die insel ist sehr groß da können wir sogar vielleicht ah nein können wir nicht keinen zweiten siedler auf jeden fall keinen zweiten siedler ich glaube dass ich etwas habe was du enig belang soll inbusemen unbedingt die dinge haben zucker aber wenn der baumwolle nicht raus rückt das ist mir so wurscht gesehen hat er uns sogar ein gold weniger angeboten kann er knicken alle wollen sie unsere zucker haben schön für die dass sie unsere zucker haben wollen die haben wir davon 3 ja ein großer endlich da können wir uns ehrlich unseren bonus nutzen so eine religion gründen natürlich gründen wir eine religion das ist so eine frage das ist so eine frage ok sehr gut und buddhismus und katolismus wurde schon gegründet aber ich bin der dritte jetzt und ich gründe wie immer den taoismus äh taoismus äh ja die zocker die den den glauben des zuckerismus den werden wir verbreiten den zuckerismus und ah bonus glaubensatz unten das gefällt mir schon mal kobalt zuführen für 2 global zuführen 8 anhänger 100 gold beim ersten übertod einer stadt zu diesem glauben 2 gold für jede stadt mit diesem glauben 15 einfluss auf den nullpunkt der stadt mit dieser religion kultur für 5 anhänger dieser relation in anderen zivilisationen 1 gold pro 4 hm das ist schwierig ja haben wir mal 10 schreien bringen einen zufrieden an den städten mit 3 anhängern gärten bringen 2 zufrieden tempel bringen 2 kultur die theater position wenn der stadt mit dem gesitzt kauf glauben mit glauben klöster moscheen naja ich tendiere hierzu religiöse gemeinschaft nämlich fast immer genau so ein zusatz guck mal was richtig nah ist es hoffentlich wählen dass es richtig über ist glauben wüssen kultur schreien wir bringen jeweils eine nahrung religion verbreitet sich in 30 prozent weitere entfernte städte das klingt doch mal geil das klingt doch mal geil glauben wir tun nach götter bringen gärten kampfstärke und somit städten plus 3 es weltwunder bringt 30 weniger übertritt propheten sind von uns stärker kärnstärkte von muss äh position von wundern das bringt uns nicht allzu viel religiöses siedlungen ah das klingt das ist doch mal geil sehr schön religion gegründet sehr schön sehr schön sechs anhänger sehr gut sehr gut sowas seh ich doch gerne oh ich hab 500 gold das äh siedler oh man ich hoffe ich hab den siedler geschenk ja hab ich gut so und der kann sich mal gleich hier auf den weg machen neun runden auch der boah hör mir auf ich hoffe die vereinten keinen krieg mit mehr brüssel ein wahl die haben wale die penner so wir müssen unsere siedler ein bisschen eskortieren fangen wir denen ein stückchen entgegen die siedler machen sich jetzt hier auf den weg ne noch nie wale gesehen cool die sehen cool aus boah die werden abgefischt die wale wahl fänger schmeiß sie raus tttttt nein schmarrn so ok verdammt schon 2 das ist nicht gut es ist nicht gut wir wollen banane und wir wollen Eisen Alles andere interessiert uns erstmal nicht. So. Oh, ja. Okay. So. Jetzt sieht das mit dir ganz gut aus. Bauernhof. Okay. Gut, wir brauchen auch Handelskarawanen. Das müssen wir auch bald mal machen. Pantheon. Lächerlich. Lächerlich. So. Siedler sind unterwegs. Um, ja, zu bekehren. Nein, ich meine nicht, um zu bekehren. Um eine fucking Siedlung zu gründen. Freunde. So, okay. Forscher nehmen wir mal ein bisschen. Sperrkämpfer. Sind endlich angekommen. Da sind warten aber auch schon der Sperrkämpfer auf uns. Ja, da müssen wir ein bisschen warten noch. Ja, stationieren wir. Dann kosten die erstmal nichts. Dann kosten die erstmal nichts. Gut, Maschinenbau ist auch gleich fertig. Das ist gut so. Mittelalter. Bin ich eigentlich schon im Mittelalter? Nee, tatsächlich noch nicht. Kommst du uns mal entgegen? Sehr gut. Keine Barbaren. Das ist schon mal gut für uns. Das ist gut für uns. Sehr gut sogar. So, Dramone. Ah, Kubeck haben wir gefunden. So, da werden wir erstmal natürlich reinsneaken. Ah, dann müssen wir was über unsere Feinde, unsere zukünftigen erfahren. Frag ich, ob die KI auch aggressiv ist, wenn es jetzt nur Herrschaft gibt. Also, bis jetzt habe ich noch keinen Versuch gesehen, hier an Land zu kommen. Ein bisschen zu erkunden, erkundschaften oder so. Okay. Aber hier kann er dann aggressiv werden. Würde ich an seiner Stelle dann machen, wenn ich zu dreist wäre. Die mechanische Wissen. Maschinenbau. So, die kosten erstmal keine Kohle mehr. Ich hoffe, das macht sich dann irgendwie auch bemerkbar. Oder kosten die noch Kohle? Keine Ahnung. So. Sieht ganz gut aus. Hängende Gärten, drei Runden noch. Fuck. Ich kann da nicht mehr hin. Die Hohnen sind im Weg. Jetzt mal wieder durch, damit ich mal nach hinten kann. Wobei. Egal. Da müssen wir mal von der anderen Seite rein stinken. Aber wir sind auch soweit ganz gut weit gekommen. Da müssen wir halt von der anderen Seite rein. Das ist gut, dass wir jetzt auch die Methode gewählt haben. Damit wir da rankommen. Aber wenn wir hier. Oder hier. Ich werde hier bauen, weil das ist dann zentraler. Da kommen wir auf jeden Fall aufs Rauchwerk. Und dann sind es Bison ran. Schokolade mit viel Mühe hin. Aber da kommen wir mit Blase vielleicht da ran. Dann spinnen wir unser Netz. Was? Ähm. Ähm. Was zur Hölle macht die denn da draußen? Hab ich die da hingeschickt? Nee, hab ich nicht. Hab ich doch. Hab ich nicht. Hab ich doch. Fuck. Was zur Hölle? Ich hab mich schon gewundert. Irgendwie hab ich nur noch einen Bautrupp. Wie geht denn das? Fuck. Ach du Scheiße. Oh Mann. Hättet ihr mir nicht was sagen können? Ganz ehrlich. Was soll denn das Schmarrn? Wenn wir sagen können. Oh Mann. Für der Zocker. Bist du doof. Kann dir denn das passieren? Ja. Kann mir passieren. Wie ihr seht. Aha. Oh. Askiah und Attila haben den Krieg. Ja. Sich gegenseitig erklärt. Okay. Ja. Das ist zu Reibereien auf der Insel kommt. War klar. Bin gespannt. Wer gewinnt. Ah. Askiah hat Attila den Krieg erklärt. Okay. Das ist nicht gut. Das heißt Askiah hat sich vorbereitet. So. Ja. Bald gibt es gegen Niederlande ein bisschen Kabelei. Aber bevor das passiert. Kaufen wir uns ein paar Einheiten. Oh. Oh. Sidon. Barbaranlage haben wir auch entdeckt. Okay. Ich rieche Barbaranlage schon 10 Kilometer gegen den Wind. Oh nein. Unzufriedenheit. Nein. 18 Zufriedenheit. 19 Zufriedenheit. Durch die Bewölkung wird Unzufriedenheit generiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso? Wieso? Hm. Alle zu fressen. Und zwar mehr als reichlich. Wieso? Oh. Ja. So. 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 So, so, so. Wassermühle. Oh, bauen wir eine Wassermühle, ne? So. Dann geht es hier ab. Habe ich so ein Gefühl. Oh, Berge. Das ist krass. Aber bevor die da ankommen, sind die schon fertig. Ähm. Ja, wir können aber trotzdem hingehen. Dann haben wir ja einen dort hingehen. So. Ich würde eigentlich schon sagen, wir bereiten uns auf den Krieg vor. Machen wir aber noch nicht. Wir brauchen erstmal Zufriedenheit. Zufriedenheit. Dann brauchen wir nochmal eine Stadt hier oben. Dann brauchen wir Eisen. Alles schwierig. Schwierig, schwierig. Oh. Ja, wir sind ganz schön weit weg. Keine Chance erstmal. No Chance erstmal da hinzukommen. Wir brauchen erstmal unsere Truppen bei uns. Für den Fall der Fälle. Nicht nur für den Fall der Fälle. Sondern auch, äh, für den Krieg. Und, ähm. Ja. Und für Sachen. Für Dinge. Genf will die Religion. Zockerismus. Oh, ein großer Ingenieur. Cool. Aber. Du kannst so eine geile Mine bauen, ne? Oh, oh. Fabrik. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Immer drauf bauen. Hier ist extra Würste, ey. Wahnsinn. So. Bam. Jetzt guckt ihr doof. Meine Güte, ey. Er ist verdammt dreist. Verdammt dreist. Aber. Mir erstmal egal, wie preistig war. Oder bin. Sagen wir es mal so. Was brauchen wir mal als erstes? Kornspeicher. Erstmal Kornspeicher. Wir müssen erstmal wachsen. Ihr seht, kein Wachstum erstmal. Erstmal. Wo haben wir? Diese Produktion. Ja, fuck. Lass uns erstmal produzieren. Äh. Okay, 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 okay. Können wir aber auch Eisen-Ding machen. Egal. Wie viel Eisen ist es denn eigentlich? Oh, sechs Eisen. Das ist schon mal. Das ist ordentlich. Ja, fünf Minus haben wir jetzt. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. So, du wirst erst, wobei du kannst eigentlich, nein, kannst du nicht, versuch da nochmal ein bisschen rein zu sneaken. Wie viel da jetzt genau ist von dem? Ah, shit. Ja, aber cool ist, sie haben wir uns ja gleich fertig. Das bringt das schon wieder zu Friedenheit, ne? Über die Berge sind die gelaufen, kann es sein. Laser wie die Zocker ist, muss... Schwierig, schwierig. Alle wollen sie meinen, meinen, äh, Glauben annehmen. Ist gut erstmal für uns. So. Du baut drauf, du gehst jetzt erstmal hier hin und baust da eine schöne Mine hin. Plus vier. Und dann baut sich das noch weiter aus. Also das wird hier voll die Produktion. so eine Pumpstation. Ähm. Gut für uns auf jeden Fall. Ne, so gehst du ja nicht. Du gehst jetzt da runter, ey? Ich glaube, dass ich etwas habe, was du eh nicht belangst, wenn ich muss. Zucker wollte, ich muss immer. Nein. So. Baumwolle. Vorschlagen. Dann nicht. Fick dich. Du kriegst keinen Zucker für vier Gold. Oh. Natürlich, ich hab dich voll vergessen. Aber ich kenne deine Hauptschädigung. Hat ihr also nur die Haupt... Oh. Oh, da verliert er jene. Oh, das ist natürlich schlecht für ihn. Dass er jene verliert. Das ist natürlich schlecht für ihn. Vier Unzufriedenheit. Das ist nicht gut. Das läuft gerade gar nicht. Bis wir das nächste Ding bekommen, wird es eng. Russell fand das jetzt nicht so schlimm, dass wir da durchgelaufen sind. Gut für uns. Wir können noch ein bisschen forschen. Hier in der Stadt. Keine Ahnung. Erstmal. Das ist schwierig. Oh nein. Hundenreich hat die Hauptstadt verloren. Aber jene haben sie doch. Oh mein Gott. Hunden haben nur 106 Punkte nur noch. Das Key auf 195. Ja. Das ist nicht gut. Na. Tempel. Wir fangen jetzt an zu produzieren. Frachter. Oh, das sollten wir machen. Sollten wir vorwärts was machen. Arbeitsboote und Karawanen bauen. Oh, ein Arbeitsboot. Zwei Runden. Dann frage. Dann, äh. Oh. Sehr schön. Okay. Drei Stadtstaaten da oben. Will ich mit meinem Eck reichen, wenn ich da... Jene Askia wurde von der Zivilisation im Kuhnreich eingenommen. Askia hat Frieden mit Attila geschlossen. Ja. Ja. Eventuell. Oh, ich habe Natur, ne? Sripada habe ich gefunden. Ich kriege weniger Gold. Das ist nicht so gut. Okay. So groß kann das reich von ihm da gar nicht sein. Aber Fried hat ja jetzt schon auf der Insel expandiert. Das kann natürlich auch sein. Schwierig, schwierig. Ne, heil. Wo sind Tür ist begegnet? Okay. Nur noch minus zwei. Das ist doch immerhin etwas. Und nicht viel. 200 Gold können wir auch kein Kolosseum kaufen. Das ist nicht gut. Vor allem, weil wir kein stehendes Herder dicht bekommen werden. Hier habe ich etwas, das nützlich... Schwierig. Wir können nichts zur Zufriedenheit hinzufügen, ne? Ja. Ja, Unterhalt erhöht sich nur dadurch, dass wir mehr Bauern Winger machen. Das ist nicht gut. Ich überlege gerade, ob wir Metallguss abbrechen. Wir brauchen Währung und wir brauchen Zufriedenheit. Zufriedenheit kriegen wir wo? Da. Da. Notre Dame. Zehn Zufriedenheit. Holla. Dann auch geht's, na? Dann auch das Mittelalter erreichen. Weil wir hängen da echt hinterher mit den Forschungen. Gut, dass wir keinen Forschungs-Sieg gemacht haben, sondern nur... Ey, Robben. So. Okay. Ja, Laser. Tut mir leid. Aber da müssen wir jetzt erstmal durch... Ach, durchqueren. Kein Problem für ihn. Kein Problem. So. Nächste Runde. Das muss auch fallen, ey. Hm. Okay, 2 zu 3, Knight. Kein Handelsweg. Wie viel kostet das denn? Verdammene Karawane kostet 400. Das ist nicht ganz gut. Die am meisten lachen. Die lachen am wenigsten. Die haben minus 2. Oh, schon 3 Städte. Und die eine Stadt ist Arsch der Welt. Und wir forschen ja mit dem hier auch am Arsch der Welt. Das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Das bringt uns gar nichts. Das bringt uns gar nichts. Und der hier, der kommt ja vom Arsch der Welt her. Kommst du eigentlich her? Ich muss weichern. Ja, ich möchte wissen, wo deine Hauptstadt ist. Alter, von da oben kommst du runter. Nicht schlecht. Hat sich das schon mal erlebt. Geklärte, kann man sagen. Ja, Utrecht muss ich mir auch einverleiben. Die ganze Insel hier oben. So, und hier nach oben. Muss ich so langsam ausbreiten. Hier so. Hier so. Und dann hier so. Oh, dann sind wir schon mal gut gestellt. Aber nach oben hin, ja, ist schon mal am nicesten. Kein Anzimmer. Puh, das war schon wieder.